Zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Show. Heute mal die Kfz-Werkstatt. So, und da wir schon nie in der Luft sind, bewegen wir uns auch in der Luft, aber vorher sollte ich mir erstmal meine Hände wiederholen. Die mache ich immer weg, wenn ich meine Thumbnails mache. So, da ist meine Hand wieder. Schauen wir uns das erstmal von außen ein bisschen an. Ich finde das mit dem Rot und dem Schwarz ist mir echt gut gelungen, muss ich mal sagen. Also mir gefallen die Farben so. Deswegen kam ich bestimmt auch hier auf den Namen hier ATU, Autoteile Unger. Ich glaube, in ganz Deutschland gibt es das. So eine Autowerkstatt. Hier oben schön mit den Klimaanlagen hingebauten, so mit den Lüftungsschächten. Dann hier diese Schraubenschlüssel auf beiden Seiten und diese Rennflagge so ein bisschen als Racing-Werkstatt oder Tuning-Werkstatt hier noch so ein bisschen. So, auf beiden Seiten, wie gesagt. Mir gefällt die ganz gut. Die ist klein, aber fein. Dann vorne den ADAC-Abschleppwagen und dann noch zwei kaputte Autos. Gehen wir mal runter. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Was habe ich denn hier damals dran geschrieben? Ach, die Tore. Tor 3. Das ist übrigens runter, das Rolltor, ne? Hier ist auch ein Auto drin. Was habe ich denn hier? Ah, Kfz-Mechatronik. Okay. Tor 2. Hier auch diese Schächte, wo die Autos dann drüber fahren können und man kann dann von unten arbeiten. Die ganzen Werkbänke hier alles und da hinten das ganze Werkzeug drin. Na, ist schon cool geworden. Hier die ganzen Regale und alles. Hier die Hebebühne. Ein bisschen hoch gehe ich mal. Sieht aus wie ein kleiner Smart hier. Was habe ich denn da dran geschrieben? Muss ich mal gucken. Ich glaube Öl oder sowas, ne? Altöl. Genau. Das passt ja ganz gut hier. Mit den Kohleblöcken. Das sieht ja so ein bisschen ölig aus. So. Wo kommen wir denn dann hier hin? Reifenlager. Ab ins Reifenlager hier. Hier, das Regal ist auch geil geworden. Da mit den Reifen drin. Das sieht irgendwie cool aus. Hier so ein paar normale Regale. Hier auch die ganzen Reifen dran. Was steht hier? Altreifen wahrscheinlich, ne? Ach, Sommerreifen. Stimmt. Sommer, das unterteilt damals. Sommerreifen. Okay, nice. Hier kommen wir dann in den Verkaufsladen rein. Wo auch ein Auto hängt. Ein kleiner Smart. Hier im PC. Da sitzt gerade keiner. Hat jemand Mittagspause? Hupp. So. Oh. Hier haben wir die eine Tür aufgelassen. Die machen wir mal lieber zu. Sieht dann schöner aus. Ach ja, genau. Hier vorne ist ja auch ein Schraubenschlüssel. Da muss man immer ganz schön direkt hingucken. Das fällt eigentlich gar nicht so richtig auf manchmal. Ja. Und hier so ein Hot Rod Auto. Aber der ist durchgeschnitten. Wenn ich mal so gucke. Das ist nur eine Hälfte. Seht ihr? Ich finde, das passt auch ganz gut hier hin. Ja. Das war die Autowerkstatt von MainCity. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht findet ihr irgendwelche Sachen, die ihr noch nicht in eurer Werkstatt habt. Und findet das jetzt in diesem Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall würde ich mich auch über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Show wieder. Macht's gut.